Mit diesem Tätigkeitsbericht der Volksanwaltschaft für das Jahr 2016 gehen zwei intensive und lange Tage im Nationalrat zu Ende. Beschlossen wurden heute unter anderem eine schlankere Gewerbeordnung, eine Novelle zum Ökostromgesetz oder der Beschäftigungsbonus. Zudem wurde der Pflegeregress abgeschafft. Es waren heute die letzten regulären Sitzungstage im Haus am Ring vor der Übersiedelung des Nationalrates in die Hofburg. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht. Diese Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank.